Moin, ich bin Kai Piepgras und lebe in Heikendorf als Künstler. Wir haben aktuell eine Ausstellung mit zwei Kollegen im Heikendorfer Rathaus und auf Wunsch des Gemeinderates gehe ich jetzt meine Bilder verhöhlen. Übrigens, unsere Ausstellung heißt Inkognito und läuft noch bis zum 28.03. im Heikendorfer Rathaus. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020